Okay, jetzt wird's ernst. Mein Team gegen das Team von... Oh nein, von Rapunzel. Gucken wir doch mal, wer als erstes in meinem Team ist. Aha, aha, Merida. Die haben wir nämlich in unserem Team. Also was sagst du jetzt? Nein, Vajana, das ist mit einer meiner Lieblings-Team-Prozesse. Und sie ist einfach in den anderen Team. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Jetzt gucken wir mal, ha? Vajana. Oh, toll. Na und, ihr habt nämlich auch einen richtig schlechten in meinem Team. Den mögen wir nämlich auch nicht. So, also, so sieht's nämlich aus. Rapunzel, du bist deiner Bratpfanne. Und wir haben einfach... Wer ist das, Norma? Wer heißt denn der nochmal der Gute? Wer heißt denn der nochmal der Gute? Oh mein Gott, und es ist... Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Cuscus-Käutigreich. Welches Team hat gewonnen? Wer hat mir geführt? H